Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es, wie ihr schon sehen könnt, um meine Schuhe und welche Schuhe ich tagtäglich bzw. jede Woche für mein persönliches Training verwende. So abwechslungsreich wie mein Training natürlich ist, mit Laufen, Gewichtheben, all den Bewegungen, die beim Crossfit und Functional Fitness vorkommen, braucht man natürlich hier und da auch mal verschiedene Schuhe. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, welche Schuhe ich persönlich nutze, wann ich die Schuhe auch wechsle und welche Empfehlungen und Tipps ich auch euch für euer eigenes Training mitgeben kann. Los geht es hier mit meinen neuesten Schuhen und zwar sind das meine Laufschuhe. Ich habe hier in der Vergangenheit viele Marken, viele verschiedene Arten von Schuhen, von super hart, relativ flach, einer dicken Sohle, einer unterstützten Sohle für Sprunggelenk, alles mögliche probiert. Und mit denen fühle ich mich aktuell sehr, sehr wohl. Ich habe ein paar Einheiten jetzt mit denen ganz neu gelaufen. Die gab es relativ günstig im Sale für irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Und zwar ist das von Puma der Magnify Nitro Surge. Ich hoffe, das ist der richtige Name. Mit dem fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich hatte in der Vergangenheit immer mal das Problem, dass ich ein bisschen doll auch auf der Ferse aufgekommen bin. Hier habe ich bisher das Gefühl, dass ich sehr gut auf dem Mittelfuß laufe. Es tut nichts danach weh. Ich bin mit der Pace sehr zufrieden, die ich bisher damit gelaufen bin und sollte sich daran zwischenzeitlich nochmal irgendwas ändern, würde ich das in meiner Instagram Story natürlich auch mitteilen. Aber aktuell bin ich sehr zufrieden und das ist der Schuh, mit dem ich sowohl die Straßenläufe mache, als auch wenn ich auf den Track gehe, wo ich gerade zum Beispiel meine Intervalle gelaufen bin. Da ist das der Schuh meiner Wahl. Als zweites haben wir den Schuh, mit dem ich die meisten Trainingseinheiten mache. Denn Laufen kommt im Moment zweimal die Woche vor. Trotzdem habe ich immer noch das meiste Training hier im Gym. Sei es Gewichtheben, sei es die Functional Fitness, Crossfit Übungen. Das heißt, egal ob Burpees, ob Double Unders Springen, alles was man mit Kurzhanteln oder Kettlebells macht, ist das der Schuh, den ich hier im Gym eigentlich dafür anziehe. Das ist von Reebok, der Nano 8. Mittlerweile ist 13 die aktuelle Generation, wenn nicht schon der 14. rausgekommen ist. Der hier ist ein bisschen härter. Die neueren sind ein bisschen mehr so als Hybridschuh gedacht, dass man theoretisch auch ein bisschen damit laufen könnte. Dadurch wird er aber instabiler beim Gewichtheben und gerade diese Generation ist, wie ihr sehen könnt, schön flach in der Sohle. Das heißt, man kann auch beim Gewichtheben super gut damit arbeiten. Man hat einen festen Stand und da ziehe ich den sehr, sehr gerne an. Der ist, ja, dadurch, dass er nur im Gym getragen ist, auch immer noch in einem sehr guten Zustand, obwohl er schon ein paar Jahre alt ist. Und mit dem fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl. Es gibt natürlich auch von Nike die Metcon-Reihe. Es gibt hier, es gibt Noble. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Schuhe, die auch in Richtung Functional Fitness und Crossfit gehen. Ich fühle mich, wie gesagt, mit dem wohl. Deswegen habe ich den jetzt wieder aus dem Schrank geholt und bin von den neueren Generationen der Nanos eben auf diesen zurückgewechselt. Und dann habe ich noch, ich habe es schon anfänglich gesagt, ein Weightlifting-Schuh. Das ist ein Luxusschuh, weil der ist relativ teuer und ich ziehe ihn tatsächlich auch nur bei Kniebeugen an, weil durch diesen Keil hier hinten, ihr seht, das ist super fest, steht man sehr fest. Der Knöchel ist leicht oben, dadurch kommt man ein bisschen leichter und vor allem auch ein bisschen tiefer in die Kniebeuge, was ich einfach sehr angenehm finde. Was mir das Kniebeugen, ja, einfach leichter macht und ich das Gefühl habe, ich kann mich besser auf die Beine konzentrieren. Man könnte ihn auch beim Gewichtheben anziehen. Es heißt ja auch Gewichtheberschuh, nur merke ich da, dass ich so leicht nach vorne immer neige, gerade in allem, was man über Kopf macht. Das heißt, wenn man den Jerk über Kopf hat oder wenn man einen Snatch macht und dieses nach vorne neigen kommt dadurch, dass ich das Gewicht nicht genug auf der Ferse habe, sondern ein bisschen mehr vorne. Und wenn man dann hier die Ferse noch höher hat, kippt man natürlich noch schneller nach vorne. Deswegen gehe ich hier auch wieder auf den normalen Schuh, mit dem ich sonst mein Functional Fitness Training mache und da steht man einfach flacher. Da habe ich ein besseres Gefühl und damit läuft das Weightlifting gerade ein bisschen besser. Ansonsten ist das ein Schuh, den man sich gönnen kann. Das macht super viel Spaß, ist aber kein Schuh, den man unbedingt haben muss. Hingegen ein Laufschuh sollte jeder haben, der mehr als 500 Meter läuft, weil ich habe es einmal gemacht, als ich es noch nicht besser wusste in meiner Bodybuilding-Zeit. Da hatte ich einen Vorgängerschuh von dem und hatte jeden Tag eine halbe Stunde Cardio nach dem Krafttraining und bin dann mit so einem Schuh aufs Laufband gegangen für zwei, drei Wochen, jeden Tag die 30 Minuten gelaufen. Und dann hatte ich relativ schnell Schleimbeutelentzündungen in beiden Knien, weil einfach der Druck viel zu hoch ist auf den Gelenken, weil der Schuh eben so flach und nicht gedämpft ist. Das ist genau das, was man haben will, wenn man mit Handeln arbeitet oder wenn man den Schlitten zum Beispiel schiebt, damit man einen guten Stand hat. Es ist aber nicht gut für die Sprunggelenke. Das heißt, alles was Läufe sind, die über 500 Meter gehen, würde ich immer empfehlen, einen Laufschuh anzuziehen zu haben. Genauso würde ich aber auch nicht empfehlen, mit einem Laufschuh im Fitnessstudio zu trainieren oder Weightlifting zu machen. Egal, ob man Kniebeugen macht, ob man Kreuzheben macht. Es ist super instabil, wenn man das mit einem Laufschuh macht, weil die eben weicher sind, weil das Sprunggelenk da nicht so fest ist. Und dadurch hat man viel mehr Bewegung und eine Instabilität, die sich auf den ganzen Körper überträgt und man kann da nicht so effizient liften. Das heißt, wenn ihr nur Laufschuhe habt, zieht sie lieber aus. Ihr habt es vielleicht auch schon mal im Fitnessstudio gesehen. Es gibt immer wieder Leute, die auch barfuß Kniebeugen oder Kreuzheben machen. Das ist besser, weil man einfach flach steht. Ansonsten wäre das der Schuh, den ich auch für das normale Krafttraining im Fitnessstudio empfehlen würde. Ein Laufschuh für alle Laufeinheiten, egal ob draußen oder auf dem Laufband. Und dann habe ich hier noch ein paar Special Schuhe, die dazukommen. Und zwar sieht ihr ähnlich aus. Ihr seht aber, das Profil ist ein bisschen spitzer nach vorne gerichtet, beziehungsweise der Schuh an sich und auch von der Seite. Er hat ein bisschen mehr Neigung noch. Ich habe ihn noch nicht angezogen. Das ist oder wird mein Racing-Schuh für diese High Rock Saison. Der ist auch oben vom Material deutlich dünner und dadurch auch leichter als der Schuh und hat auch noch eine Carbonplatte. Ich habe ihn nur, als er ankam, zu Hause in der Wohnung getragen und der hat sich sehr, sehr schnell angefühlt. Ich habe Katja schon ein bisschen genervt, weil ich in der Wohnung hin und her gesprintet bin, zwei oder drei Runden, weil er sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt hat und in meiner ersten Wahrnehmung rollt man noch besser nach vorne ab und ist einfach gefühlt wirklich sehr, sehr schnell. Ich werde ihn aber natürlich einlaufen und dann beim High Rocks Rennen spätestens am 20.04. in Berlin testen. Das ist super wichtig, wenn man so einen Wettkampfschuh hat, was durchaus Sinn macht, dass man einfach sagt, man hat einen, der ist noch mal ein bisschen schneller und kein Schuh, den man in jeder Trainingseinheit tragen sollte. Trotzdem muss er natürlich zum einen eingelaufen werden und man muss auch schauen, wie funktionieren die High Rocks Übungen damit. Also wie ist es da mit den Schlitten zu schieben? Hat man einen guten Stand, wenn man den Schlitten zieht? Wie fühlen sich die Burpees an? Wie stabil sind vor allem die Lunges? Und zum Ende bei den Wall Walls hat man da einen festen Stand, weil all das sind natürlich Punkte, wo man Zeit verlieren kann. Ich habe schon Athleten gesehen, die haben beim Sled Push hinten, weil der Schuh nicht fest genug geschnürt war wahrscheinlich, ist die Ferse aus dem Schuh rausgekommen und der Schuh ist weggeflogen. Und wenn dann einmal der Schuh weg ist, bis man den wieder anzieht, verliert man natürlich sehr, sehr viel Zeit. Deswegen ist es wichtig, die Schuhe vorab zu testen und einzulaufen. Das wird aber noch folgen, noch sind es ja einige Wochen und ich freue mich schon sehr, sehr darauf, dann mit dem Schuh an das Rennen zu gehen. Und dann habe ich hier noch eine Version, einen Nachfolger von dem Nano, allerdings in der Trail Running Outdoor Edition. Das ist der Nano 12 TR. Der ist eben dafür gemacht, dass er nicht im Gym getragen wird, sondern Outdoor. Er hat hier oben auch, wie ihr sehen könnt, eine andere Beschichtung. Das heißt, er ist deutlich wasserabweisender. Er ist auch sandabweisend. Man sieht es hier immer noch so ein bisschen. Hier kommt noch der Sand aus Andalusien raus, weil ich die Schuhe auch mit im Mental Health Camp dabei hatte. Und dann ist es egal, ob man auf Steinen trainiert, ob man auf dem Sand ist, auf Rasen. Im Vergleich seht ihr auch, der Schuh hat deutlich mehr Profil. Das heißt, man hat eben auch auf unebenem Untergrund einen besseren Stand. Trotzdem aber auch hier hinten die Stütze. Das heißt, es ist trotzdem das gleiche Modell von der Nano-Reihe. Also er ist für Functional Fitness gemacht. Man kann damit auch Gewichtheben machen. Es ist aber nicht der Schuh, den ich im Gym drin tragen würde. Das ist sowas, wenn man wirklich sagt, man macht Outdoor-Workouts, dann kann ich den auch empfehlen, weil der einfach sehr robust ist und sich auch gut am Fuß anfühlt. Das ist also die Übersicht über meine Schuhe, die bei mir vor allem mit diesen drei Paaren jede Woche in den Einsatz kommen. Hier hin und wieder bei den Squats. Das ganz klar für die Läufe und dann für alles andere, was im Gym passiert. Hier der normale Trainingschuh. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt es mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ihr könnt mir gerne auch mal sagen, mit was für Schuhen ihr trainiert. Ob ihr spezielle Tipps habt für Wettkampfschuhe, für Laufschuhe, wie ihr da unterteilt. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag hier zum nächsten Video.